Blöd, dass man aus Kakao noch nichts machen kann. Kürbiskuchen können wir uns rein... Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Kürbiskuchen können wir uns rein theoretisch auch irgendwann mal machen. Fällt mir gerade ein. Ja, rrrr. Ha. Kann ich auch. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, jetzt sind wir wieder in der Phase angelangt, wo ich so sprachlos bin, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll und einfach nur sinnlos anfange, die Lieder mit zu singen. Und ich soll uns endlich mal einführen, dass man Lammkeulen machen kann. Stimmt, das wird es doch auch. Oh Gott. Ich habe gerade Shift und Störung vergessen. Äh, verwechselt. Tut mir leid, äh, 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 Chicken. Nein, nicht du auch. Nicht du auch. Nicht du auch. Ich habe schon genug Leute heute umgebracht. Au. Scharf, hau mich nicht. Ja, ich weiß. Bab. 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 Wir haben ja wieder elf Dingsviecher. Da können wir Flux Brot machen, was eigentlich ganz sehr gut ist. Denn Braut ist immer Gaut. Ja, ich esse doch schon. Om, 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 om. Noch eins können wir nicht machen? Nö. Schade. Ist vielleicht schon was gewachsen? Ja, ist es auch. Und wir brauchen noch mal die Hoe für hier. Und wir können uns noch eben ein Brot machen. So. Komm, die ganzen Setzlinge und Blümchen. Die haben wir doch sowieso hier drin, stimmt's? So, Blümchen, Setzlinge. Äh, das Ding, na, Blümchen. Ähm, noch irgendwas Blümiges? Nope. Jetzt haben wir das ganze Fischviecher erstmal wieder weg. Ich glaube, die behalte ich jetzt immer vorsichtshalber im Inventar. Den Sattel aber nicht. Das wäre, glaube ich, leicht dämlich, einen Sattel im Inventar zu behalten. Äh, weil ich glaube, sowieso ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwann mal auf Pferde stoßen werden. Höchstwahrscheinlich vielleicht mal auf ein Schweinchen oder sowas. Aber auf Pferde? Äh. Das halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Alter! Habe ich mich erschrocken. Da, 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 da. Ist gut, ist gut. Chill mal. Oh, ich dachte gerade, das ist der Gast. Dabei ist das nur einfach ein Stückchen von diesem Viech. Und es wird schon wieder Nacht, das ist doch unfair. Wie lange brauche ich denn für alles? Das kommt mir alles so viel krass zu schnell vor. Denke ich so langsam? Das kann doch auch nicht sein. Ich weiß leider jetzt auch nicht mal, wie lange ich aufnehme, weil halt mein einer PC abgestürzt ist. Äh. Es wird Nacht. Es wird viel zu schnell Nacht. Wie weit sind wir denn? Egal, komm, noch eben da bis zur Wand hin und dann... Oder bis das Deck leer ist. So, scheiß drauf. Und... Schnell nach Hause. Äh. Ich mag es nicht, wenn es Nacht wird. Ist mir zu dunkel und so. Und das ist einfach viel zu heiß, Leute. So, schnell ins Haus und dann schnell ins Bettchen. Diese Hitze, ey. So heiß, wie es hier in-game aussieht, so ist es hier auch gerade leider wirklich. Ich glaube, wir haben fast 30 Grad. Was sagt denn mein schlaues... Äh... Handy? Mein Handy sagt, wir haben... Moment. 28 Grad. Oh Gott. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin der Versager. Stille Nacht. Du mich auch am Arsch. Natürlich haben wir es nicht geschafft, bevor irgendwelche Fieser... Fieser. Natürlich haben wir es nicht geschafft, zu machen, bevor irgendwelche Fieser spawnen. Sollte ich den Bogen vor sich selber in die Hand nehmen? Wie sieht's aus? Zombies im Schatten? Ich würde killen. Killen. Weil... Dadurch sah man immer noch gute Erfahrungspunkte ab. Au, ich brenne. Das ist unnice. Nein. Don't... 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 Ah! 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 Nein! Fick. Nicht schon wieder. Wieso haben die Scheißviecher mich überhaupt angegriffen? Oh, da haben wir schon mal irgendwas zugebaut anscheinend. So eine Kacke. Habe ich irgendwas Geiles bekommen? Außer noch ein paar Erfahrungspopel. Ne Möhre! Alter! Das heute ist mein Glückssack. Naja, in mancher Hinsicht. Alter, erstmal direkt anpflanzen. Wer braucht Weizen? Ohne Spaß. Wer braucht Weizen? Okay, ich erstmal noch, bevor ich... Bevor das Potato-Feld fertig ist. So, Möhrchen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Super geil, würde ich dir beinahe schon sagen. Oh Gott, der war jetzt schlecht. Au. Das ist so... Einfach Au nur. Au. Den Track hatten wir doch auch schon mal. So. Wie schaffe ich das eigentlich in letzter Zeit, Shift und Steuerung immer zu verwechseln? Das geht mir irgendwie langsam auf den Sack. So. Da müssen wir gleich weitermachen. Rauf, rauf, rauf. Au. Oh, sorry, da bin ich voll gegen das Mikro gestoßen. So. Diesmal treffe ich auch Shift, richtig? Ja, ich treffe Shift. Und bin ich so ein Incompetrino-Macker? Gut. So, so, so. Hallo, Schaf. So. So, so, so. So, 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 so. So. Da, dam, da, dam, dam. Da, dam, dam, dam. Da, dam, dam, dam. Dam. Sehr guter Track, den mag ich. Alles klar. Äh. Meine Pläne hatte ich, die hatte ich, glaube ich, schon offenbart. Richtig. Dass ich das ganze Schneegedünste unten wieder komplett weghaue. Und, äh, unten irgendwelche Zuchten mache und hier oben komplette Felder mache irgendwie. Ob ich die automatisch mache oder nicht, das entscheidet jetzt das Licht. Nein, ich meine, das weiß ich nicht. Ähm. Muss ich nochmal überlegen. Aber ich, 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 ich glaube, ich werde das, ich glaube, ich werde dieses Projekt hier sowieso nicht mehr so lange weiterführen. Ich habe mir dann nämlich schon irgendwas überlegt. Was es ist, wisst ihr natürlich noch nicht, aber ich weiß es schon. Äh, nur ist die Frage, ob ich das dann auch in die Tat umsetzen werde. Weil Watch Dogs ist ja am Start, ne? Ich denke mal, wenn diese Folge hier draußen ist, dürfte mein LP schon laufen. Da bin ich mir irgendwie sehr, sehr sicher. Ähm, okay, so sicher bin ich mir nur wieder auch nicht. Das hatte ich nämlich bei meinem Portal LP auch schon gesagt. Ähm, da hatte ich erstmal gesagt, ja, höchstwahrscheinlich, wenn heute diese Folge erscheint, ist wahrscheinlich auch schon direkt der erste Tag, an dem Watch Dogs Part erscheint. Aber nein. Watch Dogs kommt aber auf alle Fälle. Vorbestellt mit dem Ding. Wird Spaß machen. Wird so richtig Spaß machen. Das verspreche ich euch. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich, ich hab keine Ahnung, wie lange ich schon spiele und wie lange ich noch weiter spielen werde. So, 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 und so. So, ja, das ist immer diese extrem spannende Arbeit, die man tagtäglich verrichtet. Oh, oh Gott, ein sehr, sehr lauter Check. Ich bitte herzlichst um Entschuldigung. Oh Gott. Hier geht echt mehr Coverstone Back als gedacht. Aber dafür bin ich zuversichtlich, dass wir es bald schaffen. Und vor allem geht es viel, viel schneller als mein vorheriger Plan. Und vor allem ist dieser Plan hier auch viel, viel genialer einfach als mein vorheriger Plan. Denn mein vorheriger Plan war einfach nur ganz, ganz große Pupu. Tatsache, wir sind wirklich out of Cobblestone. Ähm. Vielleicht haben wir doch nicht genug. So, langsam komme ich ins Zweifeln. Wie sieht's aus, Kollegen? Alles cool. So. Irgendwas anderes hatte ich noch nicht gemacht. Aber da muss, das ist auch noch ganz große Kacke. Aber das Gute ist, dass wir uns halt jetzt wirklich, äh, wo will ich eigentlich hin? So. Äh, dass wir uns immer in diesem Chunk hier befinden. Das heißt, immer wenn wir, ähm, hier am Arbeiten sind, wechseln, gedeiht das da weiter. Das ist sehr gut. Aber wir brauchen natürlich erstmal wieder einen neuen Cobblestone. Wobei ich eigentlich auch gerne mal wieder was anderes machen würde. Wollen wir doch mal gucken, ob inzwischen Kätzchen da sind. Einfach nur, just for fun. Wir können auch gerne mal in ein anderes Biom gehen dann. Wer weiß, vielleicht gefällt euch das denn ja besser. Ein bisschen Rotten Flesh snacken. Tut doch immer ganz gut. Nicht eigentlich. Aber naja. Zumindest können wir dann wieder sprinten. Was eigentlich sehr wichtig ist. Und auf geht's wieder in den Dschungel. So. Bitte, bitte lasst da irgendwelche Kätzchen sein. Kitty, kitty, kitty. 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 Nein, das war nur ein Pilz. Kitty. Aber hier waren noch zwei Stück. Oder? Oder bin ich blöd? Hier waren auch wirklich zwei Kätzchen. Kätzchen. Mit einem großen R dran. Lass mich hier hoch. So. Wir müssen wieder zurück. Wie eben auch sei. Es führt nichts dran vorbei. Reimt sich. Ah. Naja. Da dachte ich erst, das wäre unser Glückstag. Aber dann wird man dann doch immer wieder knallhart enttäuscht. das ist ja auch jetzt. Da liegt noch ein BIM. Und eine Moment. Hier ist es schon.